Trackmogrify Seed Trackmogrify Seed Ja, was machen wir denn hier, schönes Johnson? Uwu Wann geht der Terror weiter? Ich schnauze Kefudu Mega Prank Au Bist du kaputt? Au Scheiße Das ist gut gelaufen Alter Alter, yo Au Mit zwei Reifen fährt das auch ganz gut Kannst du jetzt mal einen Fehler machen? Ja Danke Ey, Holz Das ist für eine blöde Dreckskarre Anyway Sieht scheiße aus Also es geht eigentlich Oh Gott Oh Gott Hast du dir das mal eingeguckt, was hier draußen rumsteht? Äh Ich hab doch gesagt, Henry, es ist magic Äh, was ist dir jetzt passiert? Habe ich zwar nie behauptet, aber Oh Mann Ja, wo bist du jetzt eigentlich? Das ist fuck, ich bin halt gestorben kurz vorm Ziel Quasi hier so Fuck ey, ich hab wieder Im Drogentrip des Todes eigentlich, oder? Ja Sekunde Alter 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 Ja, würde ich empfehlen für Leute, die sich Drogen nicht leisten können So Hier vor Krieg Na dann Hose runter Fällgas Auuuuh Äh Wieso werde ich langsamer, wenn ich springe? Passiert dann echt auch nicht, wenn ich mit dem Auto springe Äh Auuuue Ich bin Scooter und du bist auf der deutschen Autobahn Äh Warte Asper Ich find's vorbei Joah, ach Rate later Alter Masel Maselcup Beflug Holgas Irgendwas hab ich anders geschrieben Juuuuh Aaaaah Fuck Oh, Moment mal Wie wärs vom einfach fliegen? Ja, zu einfach Diese dummen Laser, die denn so oder so irgendwas weg sägen Hier sind creepy Figuren am Wegesrand Ja toll So, jetzt natürlich Ooooooooh Okay Dann halt halt die Fresse Äh Okay Okay, was ist das jetzt? Das macht sowieso Au Das ist Fabrikie natürlich Au Äh Eigentlich müsste alle Warum ist jetzt ja alles blau Am Blut Da wird jeder Witter Ne Au Okay, jetzt ist schon zu Ende Äh Hehehe Wollen wir vielleicht mal wieder ein längeres Rennen machen? Nein Nein Das ist eigentlich deine Mission Oh Okay Ähm Äh Moment Hä? Jetzt oder? Ach du, die Scheiße ist denn jetzt los? Hä? Das ist ein abgefucktes Level Hä? Hä? Was? Bist du irgendwie sonst wo? Bin halt durchgebreddert wie ein junger Gott Ach dieser Riesenventilator Oh schon wieder ein BMW Alter Oh Wicht doch das sind doch schöne Autos was du da hast Juhu Hier sind ein paar Laser Mach was Na kurz, ja Bestimmt illegal oder? Kleine Bitch Ich hab schon Sanktung gespielt Äh Was mach ich eigentlich? Alter Potwork Ist das eigentlich eigentlich? Auf dem ersten Platz Aber was fahrt das denn jetzt? Hallo? Äh Hallo? Bin ich jetzt vor dem Ziel gewesen? Weil ich abgekürzt hab? Wie? Ja, ich Ja Abgekürzt War aber cool Hatte einen coolen Twist Perfekt Was ist denn das? PS1 Texturen Mit ohne Licht Fressereiden Eine Strecke die sich erstreckt? Aber nur streckenweise Ach du Kacke Ach du verfickte Scheiße Wo ist denn? Wo bin ich denn jetzt hin? Hä? Zufällig wieder auf den Weg gekommen Ja hier sind doch Laser Wurde ich noch sagen Was Laser? Kann ich mir nicht vorstellen Ähm Ja dann Ich hab WTF Kennst du das? Wenn du so Einen Schluck Alkohol trinkst Und dann spielst du sowas Und denkst dir Du hast schon Zwei Liter Wodka gesoffen Äh Äh Nein Ich auch nicht Bier war Bier Inzestral Riesig derb Riesig derb Oh Kunde Gott Hauptsache Alkohol Puh 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 Achso Ich würde dir auf jeden Fall einen anderen empfehlen Es ist so schwer war es nur auch wieder nicht Zack weg Zack weg Äh Moment 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 Wenigstens kriegst du es dann die Punkte Stop Bier war Bier? Nein Nein Es ist schon mal ein schönes Pissgelb Schon mal ein schönes Pissgelb Mhm Was ist denn das für eine traurige Musik? Oder was? Na hier in dem Spiel gerade in dem Level Ähm Was ist das denn? Na bitte? Willkommen im Kernreaktor Also bis jetzt musste ich nur gerade ausfahren ne? Ja ich wurde vielleicht auch hypiert Jetzt musste ich lenken verrückt Oh Gott Ja Scheiße Ooooo Köln ist jung Achso Okay Jetzt ruhig Wtf Warte Ja ich hab das Moment Wo ist die Strecke? Der Soundtrack wird auch immer weirder Wow Wtf 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 Dein Kopf Kackwichsne Würde ich auf jeden Fall empfehlen Kackwichsne Auf jeden Fall empfehlen Uooo Ey Mach mal dein Bling Bling aus Tztztztztzt Du kannst aber eigentlich noch Ja Das kannst du doch niemals schneiden Was ist denn jetzt los? Verpiss dich Aua Aua Ja vor allem verliert der seinen Charme wenn du das auseinander schneidest Jaaaa Jaaaaaaa Was sollen die ganzen bunten Pfeile hier? Das war irgendwie... Kann ich das normal sehen? Kase, Buf, Lulu? Moment. Tschüss, ja. Äh. Ja! Habt ihr auch weggerissen. Ja, jetzt gehen wir die Ideen aus. Jetzt gehen wir die Ideen aus. Das wird aber auch schnell langweilig. Nee. Ich hab keinen Bock mehr. Warte, eine Map noch. Paprukiki Origins. Wenn die nicht apokalyptisch geil wird, geh ich schlafen. Hä? 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 Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Hier ist doch ein Lasergeil. Ein Lasergeil. Hallo. Du musst doch Bock haben. Nein. Nein. Nur ein Bier. Nein. Nur ein Bier. Okay. Hast du keinen Bock mehr? Ja. Gut. Back to lobby. Schreibt weg. Hst. 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 Vielen Dank.